Leute, seid ja alle fit! Wenn ihr fit seid, hurra! Denn es ist wieder Mario Time! Und diesmal geht es weiter mit diesem Wasserlevel. Bisher bin ich gut drauf, aber es kann sich hier natürlich auch ändern. So. Und rein hier. Natürlich ist es ein Wasserlevel, ne? Ja. Was hätte denn so anders sein können? Wir sind aber immer noch gut geschützt mit einer Feuerblume. Und noch einer Feuerblume als Ersatz. Von daher habe ich hier nicht so große Angst. Ich mag Wasserlevels eigentlich nicht so, aber im Moment... Wow! Nein, ich sag nichts mehr. Im Moment bin ich nicht froh, dass dieses Wasserlevel kommt. Auch, ich wollte gerade sagen, Wasserlevels immer ungefährlich. Da ich da fast nie sterbe. Aber jetzt habe ich schon ein bisschen Angst. Besonders vor diesem großen Fisch. Und ich habe auf jeden Fall mal gehört oder gesehen, dass dieser Fisch nochmal zurückkommt. Deswegen ist es Mord, diese Münze da zu holen. Ich werde es nicht machen. Oh, Alter! Der ist hier oben. Alter, da ist ein kleiner davon. Okay. Wir haben es geschafft. Und da sind noch mehr von denen. Boah, Alter, die sehen aber hässlich aus. Kann die auch töten? Nein, kann man nicht. Okay. Aber den Fischter kann man töten. Sterb! Oh mein Gott, der kommt da oben hin. Okay, okay, ganz ruhig. So, jetzt, das mal schillen. Okay, weiter geht es. Bisher haben wir uns noch nicht treffen lassen. Das ist sehr, sehr gut. So. Kurz pause, ich muss kurz pausieren, Leute, bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Musst du kurz pausieren, aber jetzt geht es weiter. Wow, wow, und bam. Oh nein, sterb, du dreckiger. Okay. Den hier muss ich, glaube ich, aktivieren. Wow. Wovor der Fisch gekommen wäre. So, und jetzt muss ich mich beeilen. So. Okay, wir haben es geschafft. Ich versiehe nochmal kurz, Leute, bis gleich. Yo, Leute, da bin ich wieder und weiter geht es hier. Da bin ich wieder. Frisch und munter von der Pause zurück. Und, Alter. Okay, wir haben uns immer noch nicht treffen lassen. Und, okay, der kommt unten. So viel Angst macht den wir gerade nicht, aber ich habe Angst, dass er mich gleich verfolgt. So wie ich das in ein paar Videos schon gesehen habe von anderen YouTubern. Wow. Ja, da sind die Kleinen, die tun ein so gut wie gar nichts, wenn man nicht nachher dran schwimmt. Nein, okay. Das war schon ein bisschen anspruchsvoller. So, das Crawling-Level hasse ich eigentlich. Und hier dürfte man reinkommen. Ja, er verfolgt uns doch nicht. Nice. Ach, du Scheiße. Ja, super, ey, Leute. Scheiß drauf, wir haben es. Bam, 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 bam. Ja, Mario. Tonight. Noch nicht. So. Castle. Und los. Ab ins Castle. Castle. Also, wie sie ist eigentlich diese Brücke da nicht sichtbar bei dem blauen Feld, den wir gemacht haben. Das ist jetzt ein Bug. Ich schaue es mir wieder noch mal an. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wenn es ein Bug ist, schreibt es mir in die Kommentare. So. Hau ab, Knochen trocken. So. Alter. Verpiss dich. Kopf ist weg, gut. Ach so. Okay. Mal, das geht so. Ich habe schon gedacht. So. Blume holen. So haben wir keinen Verlust gemacht. Juhu. Und rein in diese Tür hier. Was passiert jetzt? Erstmal nichts. Und wir haben sogar ein Leben bekommen. Wie viele haben wir jetzt? Fünf Fieder. Okay. Ich gehe mal hier hoch. So ist es. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Ich weiß, was passiert. Und zwar kommt Feuer hoch. Ha, Mann. Ich habe mich jetzt vielleicht erschreckt. Ich habe gedacht, wir können da unten noch die Seite holen. Oh, mein Gott. Döntel. Deswegen sind da auch keine Viecher. Und zack und zack und zack und zack und zack und zack und oh, tot. Bim, 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 bim. Ja, komm. Drei Leben nur noch. Ist doch dreckig. Aber jetzt haben wir hier einen Special Item. Ich gucke jetzt, was im Special Item drin ist. So, ich warte jetzt, bis das Special Item bei mir ist. Komm zu Papa. Und der ist gerade in den Feuer gesprungen. Ist das jetzt ein Bug? Keine Ahnung. Egal. Scheiß drauf. Ich frage dauernd immer, ob das ein Bug ist. Dabei kann es auch einfach nur ein Spielfehler sein oder irgendwas anderes. Naja, egal. Wenn ihr hier in diesem Part ist alles irgendwie komisch in diesem Castle. Wenn es Bugs sind, die ihr passieren, schreibt es mir in die Kommentare. So, und, Hep, ihr habt es gesehen, es steigt Lava. Das heißt, wir müssen uns beeilen. So, hier rüber. Bisher sehen wir die Lava nicht. Das heißt, wir sind momentan gut dran und der verdrückt uns. Okay. Schnell, schnell, schnell. Lava kommt, Lava kommt, Lava kommt, Lava kommt. Lava kommt, Lava kommt, Lava, Lava, Lava kommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach den Weg frei, du Bastard. So, schnell. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schneller, schneller. Verbrannt werden oder verdrückt werden? Ähm, schnelle Entscheidung. Verdrückt werden. So, hoch hier. Hoch hier. Hier ist die Tür, aber vielleicht ist hier noch irgendwie ein Item. Nein, ist es nicht, ist es nicht. Und rein, da die Lava warmen kommen. Ach, das ist nur Bose Junior wieder. Ach du Scheiße. Ja, er ist ja ganz schlau jetzt. Jetzt wirft er sogar. Panzer. Und wir müssen die Panzer hundertprozentig und auf seinen Bauch springen. Okay. Oh, wer ist da runtergerutscht? Ne, nice. Ich kann jetzt aber leider nicht die Blume machen. Sonst wird er mich killen. Oh, fick dich doch, du. Oh man, ich sag's jetzt lieber nicht. Weil ich jetzt lieber sagen würde. So, neu rein. Oh man ey. Wir sind hier stehen geblieben. Und ah, fuck. Die Lava kommt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt kommt die Lava aber noch dichter. Düm, düm, düm. So, wir müssen jetzt so schnell wie möglich laufen. Die Lava kommt. Schnell, gib mir die Blume. Und rein da. So. Jetzt schieße ich ihn ab. Kein Bock mehr. Lass mich weitermachen. Fick dich. So. Down. Hätte ich es doch am Anfang so gemacht. Naja, egal. Sterb. So. Nimm Peach mit zum großen Schloss. Ist mir jetzt egal. Ah, okay, Lebenhäuschen. Juhu, wir konnten speichern. Ja. So. Ich gehe kurz mal einmal Leben holen. An den Lebenhäuschen. Wir sehen uns gleich wieder. Schau. Nein. Ich habe nur ein Leben bekommen, Leute. Egal, weiter geht es. Und zwar hier in Weltvier Level 4. Und da ist schon wieder ein Geisterhaus. Da kommt wieder Stimmung auf. Ich hoffe, das ist nicht schwer. Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd. Und ein Notitem wär nicht schlecht. Oh, Wickler. Oh Mann, Wickler. Kann man nicht töten, aber Wickler ist böse jetzt. Und ein Notitem. Kann man denn Arschbomb machen? Ich will es aber nicht ausprobieren. Hilfe mal kurz. Ah, man. Wickler, du sollst mir helfen. Verdammte Scheiße. okay geht nicht kein Bock mehr jetzt das Not-Item zu holen bei so einem bösen Wickler vielleicht ist hier ja noch eins drin nein ist es nicht und oh ich hab Wickler wieder böse gemacht so ja ich hab ihn wieder böse gemacht und damit kann man ihn doch töten oder? ja okay man kann ihn also mit diesen Koopa-Shells töten und wieso bin ich zum Teufel hier drin jetzt? lass mich raus jetzt alter ich wär fast down gegangen ich hab Angst jetzt hab ich down geläutert sterb Koopa okay eine Pflanze oh erstmal geht dies nehmen das sieht gut aus ein Pilz als Not-Item naja besser als gar nichts so wir gehen hier hoch scheiß Koopa so wir gehen hier lang und rutschen runter ah 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 okay alter der ist da irgendwo gegen geknallt so da ist eine Münze und zwei Rohre und wenn man die Münze holt und nicht gut wand springen kann ist man tot und alter das war gerade Mord was ich gemacht hab und das war ebenfalls Mord ich töte erstmal diesen Para Koopa und ach du Scheiße ich glaub ich hab einen Fehler gemacht denn ich komm doch ohne Para Koopa gar nicht mehr doch komm ich jetzt scheiß auf meine Blume Hauptsache ich bin da jetzt drüber gekommen denn hier zu verlieren kann ich mir nicht erlauben da ich hier ja schon das Ziel ist so geschafft bäm 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 ein bisschen speeden so Mario schnell öffnen das Geist Level und bitte Special Item bleib da bleib da oh doof ist ja und das kommt jetzt zu mir oder was ja komm übertreib mal when I go und eine Münze noch dann können wir uns sogar wieder ein Safe kaufen ist das nicht wunderbar oh ja wieder die geile Musik du 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 ein Blume du 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 okay du 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 dude Alter das sieht böse aus besonders weil ich hier wenig sehe du 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 und ich geh erstmal hier rein ich glaube ich bin wieder falsch gegangen aber das ist mir egal okay ich geh erstmal hier drauf mal gucken was dann passiert Prozent aber ich glaube dass man Leben schwimmen die richtige Reihenfolge machten er hat verloren egal die Töte der Töte diese Begegnung in dies Liedern spielen egal an Stimmen meint es das sieht mir ein bisschen verdächtiger und Gershman drauf und um ein Gott Alter der ist Böse schnell weg da okay okay ich kann die doch auch nein kann ich nicht fahrt Alter Reiner war um Mann der Fettsack ist wieder da oh lass mich in Frieden du fetter Buhu so rein da alles klar und nee oder wieder so ein fetter wo ist denn der äh ah da Töte Töte ich glaub da ist eine Münze deswegen geh ich hier mal lang Jo da oben und fuck ich bin runtergefallen und dieser Fettsack hat mir echt alles versaut aber ich hol mir die Münze jetzt mal da ich sie brauche für Dingens und wenn er der Fettsack ist hier weg so jetzt können wir einen neuen Safe machen da wird wieder fünf Sterben ins Namen oh Mann ey der geht echt auf den Wecker dieser Fettsack und der ist auch echt überall ne nein rein da oh das war knapp das war knapp oh Mann ey bin ich jetzt falsch Leute wir sind falsch gelaufen irgendwie auf auf irgendeine Art und weiter wir sind wir sind hier und rein da so jetzt gehen wir mal nicht in der Tür da rein und zwar so ausgeträgt was machen wir denn in A okay hier oben lang und in dieser Tür rein und der Ausgang perfekt und das Ziel denn 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 die Geistlevel sind eigentlich ganz episch finde ich die haben schon etwas oh Mann und ja du kommst auch nicht zu mir super und okay da ist das Schloss ich denke schon wie viel der Willkommen noch aber keine Sorge bis zum Schluss machen wir noch und wenn das bis da nicht schaffen wir haben ja genug Münzen für ein Safe bitte jetzt kein Alter was ist das hier okay wir mach erstmal die Bombe hier frei ha okay diesmal das Glück auf unserer Seite wendle oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich weiß was hier los ist er sprengt uns den Weg frei tuh 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 so in Deckung Bombe wieder die Bombe wieder die Bombe B pegs Nein, Alter Raus da Bombe, mach uns das frei Mann, Alter, es ist nicht witzig Gib mir einen Pilz Nein Alter Schwede und noch was Was war das jetzt? Und nochmal neu Supermäßig, klasse Mega geil So, wir brauchen diesen Pilz, ja So, der knallt eh gleich Okay, wir haben es geschafft Den Pilz zu bekommen Und, knallt Wenn der den Weg frei knallt, können wir da glaube ich direkt rein Alter Ja, wir haben Leben bekommen Also hat es eh keinen Sinn gemacht, davon verloren haben, weil wir eh jetzt ein Leben haben Wunderbar Und ich glaube, den können wir gut gebrauchen Nein, können wir nicht Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Okay, 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 ganz ruhig Man, schon wieder Irgendwie habe ich das hier mit dem Lied Okay, schnallt beide Jetzt du auch noch Juhu Und da ist eine Münze, aber Münzen Nee, jetzt im Moment nicht Wir haben ja jetzt Alle Münzen, die wir brauchen Oh, der geht gerade runter Den können wir nutzen Alter Okay, der geht auch gerade runter Scheiß drauf Wir müssen jetzt lang Ja, die fallen da rein Oh, gut Nein Wir, wir verlieren jetzt Wir, wir verlieren jetzt Scheiß drauf Einfach drüber Und hoch hier Oh man, das leckt gerade Können wir rein? Nein, können wir nicht Und rein da Bitte sei das Ziel Oh gut Da kommt bestimmt noch was Zu 100% Nein, da kommt nichts mehr Wir haben es geschafft Oh mein Gott Und ja Das war lange, ne, Leute? Okay Gut, dann würde ich sagen Und kaufen wir uns mal das hier zum Absichern So, kaufen Bäm Und dann werde ich mir da auch ein Item erspielen Und dann werden wir im nächsten Part mit dem Item, den ich mir erspiele, hier weitermachen Bis dann und schau Leute